Wer wird uns richtig die Fresse polieren, weiß ich. Das Duell um die Welt. Team Joko gegen Team Klaas. Ab Samstag, 20.15 Uhr. Ich dachte so, Klaas, wo hast du mich hier nur hingeschickt? Boah, Joko, du widerliches, gestörtes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's schon ziemlich krank. In dem Moment hab ich echt gedacht, Klaas, du wickst. Alles hat auch mal ein Ende. Okay, und das ist jetzt. Gut, hätten wir das also geklärt? Das Duell um die Welt. Team Joko gegen Team Klaas. Ab heute, 20.15 Uhr.